Black Mirror kehrt 2025 mit der siebten Staffel zurück. Fans der dystopischen Serie müssen sich noch bis 2025 gedulden. Netflix hat die neue Staffel offiziell auf seiner Plattform Tudum angekündigt. Die siebte Staffel wird erneut aus sechs spannenden Episoden bestehen. Die Besetzung kann sich sehen lassen. Unter anderem sind Awkwafina, Peter Capaldi und Tracey Alice Ross dabei. Drehbuchautor Charlie Brooker erklärte laut Kino.de Wir haben so große Namen im Cast, dass es peinlich ist. Die genaue Handlung der Episoden bleibt vorerst geheim. Besonders freuen sich Fans auf die Fortsetzung der USS Callister-Folge aus Staffel 4. Diese Geschichte spielt an Bord eines Raumschiffs und bringt bekannte Charaktere zurück. Billy Magnussen wird erneut als Waldak zu sehen sein. Auch Christine Milioti kehrt als Nanette Cole zurück. Jesse Plemons, bekannt aus Breaking Bad, beeindruckte bereits in Staffel 4 als Robert Daly. Als Entwickler eines Online-Multiplayer-Spiels manövrierte er seine Crew mit harter Hand durch die Galaxie. Black Mirror gilt seit 2011 als Wegbereiter im Science-Fiction-Genre. Die Macher der Serie haben sich für die neue Staffel wieder ins Zeug gelegt. Charlie Brooker sagte laut Kino.de Einige Episoden sind zutiefst unangenehm, einige ziemlich lustig und andere emotional. Die Zuschauer werden erneut in eine hochtechnisierte Welt entführt, in der moralische Fragen aufkommen. Ob die neuen Folgen die hohen Erwartungen erfüllen, bleibt abzuwarten. Auch wie die neuen Darsteller in die dystopische Welt eingebunden werden, ist spannend. Wir können uns also auf eine aufregende siebte Staffel von Black Mirror freuen.